Was muss getan werden? Istrassa ist der letzte und größte der roten Drachen, die der Schattenhammer gefangen hat. Sie stehen kurz davor, sie zu töten, Jäger. Ihr müsst die Elementium-Achse nehmen und sie von ihren Ketten befreien. Seht in die Schatten. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich hatte bemerkt, dass ihr zu mir hinüber gesehen habt. Ist sie nicht wunderschön? Ich bin gespannt, was sie jetzt mit ihrer Freiheit anstellt.